Wasser mischbare Kühlschmierstoffe bestehen nun einmal zu 95 Prozent aus Wasser. Früher oder später werden in diesem Wasser Bakterien wachsen und um dies zu verhindern werden Biozide eingesetzt. Mit Bioziden versucht man die Standzeit eines Kühlschmierstoffes, der übermäßig verkeimt ist, zu verlängern. Doch damit bringt man auch Substanzen ins Arbeitsumfeld, von denen wir wissen, dass sie stark gesundheitsgefährdend sind. Wir haben unsere Technologie entwickelt, um übermäßiges Bakterienwachstum gar nicht erst entstehen zu lassen. So werden Kühlschmierstoffsysteme stabil, ohne Biozide einsetzen zu müssen. Unser System ist eine Kombination aus Verfahren, die aus der Natur kommen, um organische Strukturen zu zerstören. Durch natürliche Oxidation und UV-Desinfektion werden Mikroorganismen im Kühlschmierstoff reduziert, wenn dieser durch das System fließt. Dazu ist es nötig, dass der Kühlschmierstoff durchgehend im System zirkuliert. Die Entkeimung findet nur im Inneren des Reaktors statt und produziert keine schädlichen Nebenwirkungen. Der wesentliche Vorteil dieses Verfahrens ist, dass der Vorgang ständig stattfindet, wesentlich stabilere Produktionsprozesse zur Folge hat und damit Bakterien verhindert werden, bevor sie entstehen. Ohne plötzliches Bakterienwachstum haben sie einen stabileren pH-Wert im System und verlängern die Lebensdauer des Kühlschmierstoffes. Wir waren es gewöhnt, Biozide einzusetzen, um Bakterien und Pilze im Kühlschmierstoff zu bekämpfen. Unser Problem war, dass diese Biozide schlecht für die Gesundheit unserer Mitarbeiter waren und nachdem wir den Druck im Kühlschmierstoffsystem erhöhen mussten, bekamen wir weitere Probleme mit Öl und Nebel in der Atemluft. Valenius Water hatte die umweltfreundliche Lösung, nach der wir gesucht haben. Das System benötigt fast keine Wartung, wir müssen nur die Lampen einmal jährlich wechseln. Unser System arbeitet sehr stabil, seit wir mit der ständigen Entkeimung arbeiten. Wir haben sichergestellt, dass die Anlage ständig in Betrieb ist und auch unsere Mitarbeiter achten verstärkt auf saubere Arbeitsprozesse. Valenius Water hat gute Arbeit geleistet, besonders wenn man diese Maßnahme aus Sicht des Arbeits- und Umweltschutzes betrachtet. Mit unseren Entkeimungsanlagen arbeitet man ohne Biozide, hat stabilere Systeme, weniger Stillstands- und Ausfallzeiten und sorgt gleichzeitig für ein gesünderes Arbeitsumfeld. Untertitelung des ZDF für funk, 2017